Svetlana Ich will mit dir alleine sein Die Nieren unterm Kerzenschein Dem Alltagstrott spontan entflieh'n Und genieße'n Lass die Sorgen hinter dir Vergiss den Stress und folge mir 24 Stunden Du und ich Haben wir gemeinsam Ganz sicher lieb'n Stundenlang zusammen Wie es ganz am Anfang war'n 24 Stunden Füreinander da Die Nächte ohne dich sind kalt Ich liege wach Mir fehlt dein Halt In deinen Armen auszuruh'n Ist das Schönste In dieser allzu schnellen Zeit Bleibt wenig Raum für zweis am Kant Routine hat uns fest im Griff Lass uns fliehen Lass uns fliehen 24 Stunden Du und ich Haben wir gemeinsam Ganz sicherlich Stundenlang zusammen Wie es ganz am Anfang war'n 24 Stunden Vierundzwanzig Stunden Füreinander da Vierundzwanzig Stunden Füreinander da Füreinander da Füreinander da Füreinander da Füreinander da Ich weiß nur ganz genau, es ist schon etwas her Verzaubert hast du mich so wie niemand vorher Dein Wesen nahm mich gefangen und hielt mich fest Melancholie wurde durch Hoffnung ersetzt Wir haben gefunden, was jeder sucht Es war wie ein Wunder im Märchenbuch Ich will mit dir noch viele Feuer genießen Nur mit dir jeden neuen Morgen begrüßen Nur mit dir die Einsamkeit bezwingen Nur mit dir die Ewigkeit verbringen Ich mag es, wenn du auf deine Art sanft zu mir bist Du weißt, meine Zuneigung ist dir damit gewiss Will ich dir mal etwas länger nur trotzig sein Legst du mich gleich mit süßen Worten herein Ich will mit dir noch viele Feuer genießen Nur mit dir die Einsamkeit bezwingen Nur mit dir die Ewigkeit verbringen Nur mit dir die Ewigkeit verbringen Ich bin froh, ich bin froh, dass ich dich habe Doch ich will noch viel, viel mehr Ich will mit dir die Ewigkeit verbringen Ich will mit dir noch viele Feuer genießen Nur mit dir jeden neuen Morgen begrüßen Nur mit dir die Einsamkeit bezwingen Nur mit dir die Einsamkeit bezwingen Ich will mit dir noch viel Weltfeuer genießen, nur mit dir jeden neuen Morgen begrüßen, nur mit dir die Einzelkünste. Ich weiß nicht, vielleicht können wir hier noch ein bisschen. Die Sendung ist leider zu Ende, meine Damen und Herren, aber vielleicht, Sie können das zu Hause vielleicht dann nicht mehr erleben, aber bei der nächsten Sendung bist du gerne wieder dabei. Wollen wir sie wiederholen? Ja? Dankeschön, Svetlana.